Hallo Fans, großes Talent aus Kroatien kommt zum BVB, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind, zurück zum Thema, auf der Suche nach dem Star von morgen ist Borussia Dortmund in Kroatien fündig geworden. Dort erlangte Dino Klapia den Ruf eines Wunderkindes, wie Die Bild-Zeitung den 16-Jährigen nannte, vom Stürmer wird eine große Karriere erwartet. Er besticht vor allem durch seine Vielseitigkeit, Klapia kann auf fast allen Angriffspositionen spielen. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.